Die Betränke sind jetzt das erste Mal für jeden. Das erste Betränk ist frei. Also kommt hier vorne vorbei durch Betränke und sobald jeder versorgt ist, fangen wir mit dem Spielen an. Dann kommen wir süß aus hier. Und dann kommen wir süß aus. Was ist ganz, ganz hart? Das war's für Jahrgangsbindes. 3, 2, 1... 20 Punkte, nie macht's ab!